Eine Rotz-und-Wasser-Produktion Herzlich Willkommen zum zweiten Adventskalender von Rotz-und-Wasser. Wir gehen in eine neue Runde. Mein Name ist Thomas Freitag. Mir gegenüber sitzt Olli. Und rechts von mir, links von Olli sitzt... Wir haben den Kasper. Genau. So, wir haben nicht so viel Zeit. Ihr kennt das Prozedere. Wir machen es wie letztes Jahr. Wir sitzen heute alle drei zusammen. Und wir haben hier wieder... Olli hat es schon festgestellt. Ein wunderschöner Becher ist das. Der ist weiß. Wir haben hier einen Becher, wo wir jetzt wieder auslosen. Wer welches Türchen bekommt. Und das ist ja letztes Jahr sehr gut angekommen. Ihr wusstet nie... Ah, heute ist der 10. Dezember. Wer ist heute dran? Es ist Benjamin. Es ist Olli. Es ist Thomas. Ja? Das Schlimme ist, das haben wir, glaube ich, letztes Mal auch nicht während der Aufnahme gemacht. Doch. Also machen wir es heute. Nein. Ach nee? Weil das ja Quatsch für die Hörer ist. Die wussten nicht. Weil die dürfen eh nicht wissen, wer drankommt. Also brauchen wir das gar nicht in der Sendung jetzt machen. Ich dachte, wir haben es während der Sendung gemacht. Nee, haben wir nicht. Aber wir können ja trotzdem ziehen. Aber wir sagen nicht, was wir gezogen haben. Wir sagen ja nicht, was wir gezogen haben. Du verteilst es jetzt einfach und wir sagen, oh, es ist spannend. Also wir machen das jetzt wirklich hier live. Oh nee, jetzt zieht erst mal Olli fängt an. Wir machen es so. Aber natürlich nicht sagen, was steht. Nein, nein. Damit es auch rechnerisch aufgeht. Jeder hat dann am Ende sieben, ne? Oh, ich habe zwei. Du hast es schon mal gut geklebt. Ich habe das einfach nur auf. Aber ich habe nicht reingeguckt. Okay, warum guckst du so? Was kann das Schlimmste sein, was man ziehen kann? Die zwei. Ja. Die hatte ich damals. Oh Gott, ich weiß nicht. Scheiße, ich hätte einen Punkt machen müssen. Fuck. Ach so. Okay, wissen wir auch, was Thomas hat. Das ist ja spannend. Bis jetzt ist es richtig spannend. Die Hörer merken, es ist blöd, hier ein paar Nummern zu ziehen. So, was habe ich denn hier? Gut. So, warte. Ich habe, ich lese es nicht vor. Ist weggesprungen. Wie so ein kleiner Käfer. Wie ein Frosch. Wie ein Frosch ist ihm der Zettel aus der Hand. Wie ein Planet. Ich kriege es nicht auf. Wir kriegen die Zettel nicht auf. Okay, ich weiß, welche Nummer ich habe. Ja gut, du hast ja auch aufgeguckt. Ach so, du weißt, okay. Ja, was die eine Nummer ist. Jetzt wissen wir, dass er beide hat. Ja, das wird immer schlimmer. Da können wir es eigentlich noch gleich verraten. Freut ihr euch? Habt ihr wieder einen roten Faden? Ich weiß schon ein bisschen was ich mache. Ich schätze, Bermin wird sich diesmal auf die Suche vom Osterhasen begehen. Und Olli liest wieder irgendeinen Dreck vor. Nein, ich lese diesmal nichts vor. Oh. Du hast festgestellt, du kannst nicht lesen. Ich kann nicht lesen. Ihr macht mich drauf. Ihr macht mich drauf. Langweiligste Rubrik aller Zeiten. Wirklich. Super, dass die Hörer dabei sind. Es muss wirklich spannend sein, dass wir ziehen. Ja. Also ich kann sagen, bei mir ist es recht spannend. Bei mir auch wahnsinnig spannend. Oh, ich habe vorhin den zwei gezogen. Ja, sage ich. Irgendjemand hat die Zettel nicht gut gemacht. Ey, ich bin keine Lottofee. Oder hast du hier wirklich so einen Ball erwartet, wie früher beim Lottoziehen? Ja. Das wäre wirklich gut. Dann brauchen wir mehr Petring-Geld. Habt ihr gehört, ja, Leute. Also wir kaufen nur sinnvolle Sachen. Obwohl, wenn die wollen, dass wir so ein Lotto-Gerät kaufen. Ich gucke mal nach. Ich habe schon wieder zwei gezogen. Mann, bis zu dem. Ich gucke jetzt nach, wie teuer so ein Lotto-Kugel-Gerät kostet. Aber groß. Achte darauf, dass es kein Spiel ist oder irgendwas. Lotto. Lotto-Toto. Ich habe auch zwei. Lotto-Groß. Wie nennt man das? Das ist Zielgerät. Na, Lotto-Misch-Automat oder irgendwie sowas. Hier, da ist es. Das geht sogar. Was kostet das denn? Hier, in einer Billig-Variation. Das könnten wir uns vom Patreon-Geld holen. Aber ich weiß nicht, ob die Leute das wollen. Sag doch mal Preis. Na jo, 133 Euro. Im Billig zwar, mit einer Kurbel. Zustimmen. Schreibt mal nochmal. Ja, aber das ist nur so ein kleines Ding wahrscheinlich. Genau, bleib mal bitte am Mikrofon. Disziplin, meine Herren. Ja, ja. Weil wir haben es ja gleich geschafft. Jetzt mal auf dem Money. Das kommt nicht raus. Ja, that's what she said. Das machen wir nie wieder vor dem Mikrofon. Es ist doch schon vorbei. Das ist doch richtig spannend. So. 2, 3, 4, 5, 6. Habe ich sehen? Ja. So, ich muss auch mal 10, 4, ich habe 1, 5, 6, 6, 8, 4, 9, 3, wie lange geht denn dieser Dezember? Gut, ich habe meine Zettel. Gut, ich habe meine Zettel. Ich will auch nicht wissen, was ihr habt. So, das war das erste Türchen vom Rotz und Fassaden. Ja. Nee, wir haben uns was Besonderes noch einfallen lassen. Ich habe übrigens einen Dreiteiler. Ich kann wieder eine Trilogie machen. Hatte ich letztes Jahr nicht einfallen. Du sollst nichts verraten, haben wir gesagt. Super, genau. Naja, ich habe den 31 bis 35. Dezember. Okay, Thomas, schlechter Witz und trotzdem hast du... Wenn Benjamin ihn gemacht hätte, wirst du ihm so jetzt die Eier lecken. Aber sowas schon, wirklich. So, wir haben uns was Besonderes ausgedacht. Hi, hi, hi. Lieben Gruß an eine Hörerin. Auch, wo wir nicht wissen, ob die uns überhaupt noch hört, weil sie sich schon lange nichts mehr geschrieben hat. Wer war denn das? Ich weiß nicht. Wie hieß die Nadine? Nadine? Die hat uns am Anfang so 10-minütige Sprachnachrichten geschickt, wie toll sie uns findet. Dann hat sie uns Geschenke geschickt. Die hat uns sowas so, so eine Vordrucke geschickt. Äh, Stadt, Land, Fluss. Nee, Stadt, Land, Vollpfosten heißt das. Ja, wollte ich auch mal sagen. Es gibt es einmal in der Porno-Edition und in der normalen Vollpfosten-Edition. Oh, ich würde so gerne die Porno-Version mit euch spielen. Ja, aber weil Benjamin an diesem Tisch sitzt, geht es leider nicht. Deswegen spielen wir diese. Ich bin für Anstand und Ordnung. Richtig. Das wäre gerade denn lustig, wie Benjamin mit diesen, was darf denn Begriffe kommen? Partikel. Es gibt ja noch zwei Türchen an diesem Adventskalender, die wir noch zu dritt machen. Stimmt, wir treffen uns ja wieder in der Mitte. Genau. Und wieder am Schwimschluss. Ja. Und deswegen haben wir gedacht, einfach jetzt mal dieses Geschenk von der lieben Nadine zu benutzen. Aber wir wissen nicht, ob sie noch höheren ist, weil sie hat sich nie wieder gemeldet. Passt mal auf. Ihr wisst, wie Stadtlandfluss funktioniert? Ja. Nein. Benjamin? Natürlich. A, X. Ja. Super. Nein, aber es gibt ja verschiedene Rubriken. Ach, ihr guckt schon. Ja, jetzt geht's los. Hier sind sehr, sehr viele Rubriken drauf, aber wir haben ja nicht so lange Zeit. Wollen wir vielleicht ... Nee, guck mal, es sind ja immer nur vier Spiele, vier Spiele, vier Spiele, vier Spiele. Aber wollen wir vielleicht von allen, also hier sind ja auch vier verschiedene Sachen und immer die ersten nehmen. Also hier ein, zwei, drei, vier. Hä? Wir nehmen ein Spiel da durch. Ich würde Stadt, Land, Fluss weglassen, weil das langweilig ist und ich mega schlecht wäre drin. Ja, nur weil du kein Fluss mehr, weil du bist schlecht in Erdkunde, du bist schlecht in Geografie, du bist schlecht in ... Was das Gleiche ist ... Sagt er, ich wollte noch einen Witz machen, du bist schlecht in Kontinenten. Okay, jetzt hat er, okay, jetzt hat er den Witz verstanden. Okay, dann lese doch mal vor, die erste Spalte. Okay. Stadt, Land, Fluss, Beruf. Kann man lesen, wird so ein Buch gemeint werden oder irgendeine Literatur. Speise, Farbe, Sportart, Sportler, Politiker, Musikinstrument, Filmtitel, Getränk, Punkte. Ja, das ist aber nur die erste Zeile. Es gibt noch drei andere. Ja, und dann gibt's nämlich noch, genau, aber wir nehmen erstmal nur die erste Zeile und dann gibt's nämlich noch in jeder Zeile eins, wo man doppelte Punkte kriegt. Genau, da, wo Vollpfosten steht. Ja, und zwar ist das in der ersten, wenn wir jetzt das erste Spiel spielen würden, wäre das bei Getränk. Wollen wir wirklich Stadt, Land, Fluss weglassen und nur ... Ist das scheiße. Eigentlich, wenn, dann komplett, ne? Ja, ja, wir machen's wirklich komplett. Also, ganz wichtig, bei Politiker, Sportler und sowas, Vor- oder Nachname? Nur Nachname, würde ich sagen. Einfach Nachname. Was sagst du? Jetzt ist die Frage, wenn vielleicht Musiker kommt, weiß ich nicht, und man würde jetzt schreiben, ähm ... Na, bei E wäre es zum Beispiel Eminem. Ja, oder, oder, also Nachname oder Künstlername. Ja, okay, aber wenn's ein Sportler ist, zum Beispiel Jens Lehmann, wäre dann ... Lehmann. Lehmann, genau. Und Farbe, nur so rot, braun, gelb oder auch, äh, äh ... Kaki. Alles, was Farbe ist. Naja, aber manche sagen dann rosafarbnes, äh, violettes, gelb. Arizona-Blau? Ja, keine Zusätze. Also, die Farbe muss aus einem Wort bestehen. Arizona-Blau ist ... Also, hellblau. Ja, also ein ... Hellblau geht nicht, ja. Nee. Na komm, das würde ich jetzt schon gelten lassen, sowas. Und ich bin auch dafür, dass man, ähm, schummeln kann, wenn das ein anderer nicht merkt. Also, nicht so bei den Punkten, aber wenn man jetzt zum Beispiel nimmt, äh, Farbe und ich schreib jetzt, äh, äh ... Nee, warte mal, ich schreib jetzt, was kann ich für ein Beispiel nehmen? Vogel mit F und ihr merkt das nicht und dann kriege ich zehn Punkte. Also, als ob wir das nicht merken, äh, das ist wirklich für so dumm. Das war gerade ... Nee, deswegen jetzt schon Minuspunkte. Nee, aber ich weiß, was er meint und ich find's gut. Aber noch eine andere Frage. Wollen wir das machen? Pass auf, es geht ja danach, wer zuerst fertig ist, der brüllt ja Stopp. Mhm. So, und wenn man dann derjenige, der Stopp brüllt, ist ja im Prinzip in der Verantwortung, dass er das Spiel beendet und dass die anderen nicht mehr zu Ende schreiben dürfen. So, wenn er jetzt aber Scheiße schreibt, wie zum Beispiel Vogel mit F. Ja. Dann haben die anderen, kriegen die anderen Punkte. Ja, und ich konnte meinen Vogel nicht mehr schreiben oder mein Tier, dann sollte es Minuspunkte geben, oder? Wollen wir vielleicht das Spiel ein bisschen schwieriger machen? Wir können ja eine Uhr nehmen und die piept, hier steht zum Beispiel, jeden Durchgang zum Beispiel auf zwei Minuten begrenzen, dass wir einfach sagen ... Dass wir jeden Durchgang auf zwei Minuten begrenzen? Ja, die, 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 der piept das und wir müssen sofort den Stift in die Mitte schmeißen. Hat jemand einen Timer, Olli? Ihr Handy hat einen Timer. Jetzt fühlt jeder so, als ob sein Handy das nicht hat, damit das nicht nutzen muss. Nein, das ist aber okay, weil ich geh mal stark davon aus, dass wir alle mal einen Hänger haben. Weil zwei Minuten sind ganz schön lang. Und das, wenn, also das Spiel ist entweder beendet, wenn der erste Stopp brüllt oder wenn zwei Minuten um sind. Ja, aber ich brauche ja für so eine Zeile zehn Sekunden. Da finde ich ja zwei Minuten, wenn ihr noch so lange Zeit habt, kann ich trotzdem Stopp sagen. Da du ja Fan von unsportlichen Verhalten bist, dürfte ich dann zum Beispiel, wenn du ein Wort geschrieben hast, einfach mal so an deine Seite kakeln, dann ist es unglücklich. Oder einfach das rausreißen. Und aufessen. Oder so, dass ich die ganze Zeit dich so trete. Das geht. Aber ich darf das. Ja. Was machst du? Ich drehe deinen Kopf ab, witzig. Leute, es wird ein wunderbarer Adventskalender. Ich finde, den Rest sollten wir auch klären. Wir sind ja in Diskussionen immer sehr gut, wenn es darum geht, was wir akzeptieren und was wir nicht akzeptieren. Hast du jetzt einen Timer? Nee, ich habe nicht. Mach du mal bitte einen Timer. Können wir trotzdem Stopp sagen. Weil du willst dich ja mehr einbringen. Oder warten wir. Ich finde zwei Minuten ganz schön lang. Das heißt, wie viel sind es? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn. Ich finde zwei Minuten nicht so lang. Nee, zwei Minuten für dreizehn Rubriken ist fair. Ja, ich brauche für jede Rubrik ungefähr zwei. Ja, das interessiert mich nicht. So, lege ich in die Mitte. So, wenn es piept, sofort den Stift, nicht zu Ende schreiben, sofort den Stift. In die Mitte oder in deinen Kopf? Gegen Ollis Kopf. Gut. Finde ich auch gut. Alles klar. Denn, ach so, wer macht es als erstes? Du fängst da mit A und wenn du mal sagst Stopp und dann drücken. A. Bei Olli hat jetzt nämlich schon sich einen Buchstaben ausgedacht. Olli ist erst beim D. Ja, er hatte sich davor schon einen Buchstaben ausgedacht und wartet jetzt die ganze Zeit D. Der schummelt. Ja, ja. Bei D weiß ich ganz viel. Stopp. B. Ich wusste es nicht. Du schneidest es ja, ne? Fluss, wirklich nur Fluss oder Gewässer? Fluss. Oh Gott. Ich bin so schlecht. Ich hasse die Spiele. Oh Gott, ich auch. Gibt es einen Sportler mit B? So weit seid ihr schon? Äh, äh, äh. Der Stift schreibt manchmal scheiße. Ja. Was war, was war das? Muss der Politiker noch im Amt sein? Nee. Oh Gott. Muss ein Fluss sein, oder was? Olli, der Timer, du hast den Timer nicht angemacht. Der steht drauf. Ja, ich muss Buchstaben, Timer machen. Gut, dann haben wir noch ein bisschen Zeit. Ja, genau. Zwei Minuten laufen ab jetzt. Oder wollen wir aufhören, wenn er bei einer Minute ist? Ja, ja, ja. Okay, gut. Ähm. Filmtitel? Sie unterhalten es dann bestimmt für die... Ich weiß keinen Fluss. Sonst habe ich alles. Ich habe auch alles bis auf Fluss. Echt? Ähm. Also, es muss ein Fluss sein, ja. Ähm. Naja, wenn der Timer... Ah, der Timer läuft auch gerade ab, sehe ich gerade. Zwei. Eins. Gut. Gut. Ich habe auch kein Politiker, alles. Scheiße. Alles klar. Okay. Olli hat ja angefangen mit A, deswegen darf er auch... Ja, auflösen. Gut, also, Stadt ist klar, Berlin. Bern. Ich auch. Danke, bitte. Dann nehme ich das Einfachste und kriege die meiste Punkte ab. Dann kriegen wir jetzt fünf, ne? Genau. Olli, zehn. Dann kriegst du zehn. Warte, ich habe Berlin, genau. Fluss habe ich keinen. Thomas, hast du einen Fluss? Wir sind erst beim Land. Was? Land. Belgien. Belgien. Bulgarien. Oh, scheiße. Fluss habe ich keinen. Ich auch nicht. Fünf. Ähm. Beruf habe ich den Bauarbeiter. Bauer. Ich habe nix. Okay. Zehn jeder. Kann man lesen? Buch. Hab ich auch. Bild. Ja. Kann man ein Bild? Mal, mal, mal. Ein Bild an der Wand oder die Zeitung? Man kann... Ich würde sogar sagen, man kann auch ein Bild lesen. Ja, du Klugscheißer. Speise habe... Darf ich anfangen? Äh, von mir aus. Baklava. Burger. Bugunda. Oh, haben wir alle... Moment mal, Bugunda. Bugunda, mein Lieber, ist ein Öfwein. Bugunda, was du trinken, ja. Kann man bestimmt auch essen. Nee. Sind wir gar nicht aufgeweint, Thomas. Sehr gut. Siehst du, du wärst einfach jetzt durchgemauscht. Wir gucken nach Bugunda essen. Könnte wieder ausrasten. Bugunda-Gulasch. Bugunda-Topf. Ja, dann hättest du Bugunda-Gulasch schreiben müssen. Bugunda lasse ich mich essen. Was ist denn Bugunda? Ist das eine Pflanze? Oder ist das... Was ist denn das? Eine Traubenart? Bugunda ist eine Region. Ach so, okay. 22 Bugunda-Rezepte. Ich lasse Bugunda nicht gelten, wenn du mir jetzt nicht irgendwas Überzeugendes zeigst und auch nicht einfach dein Handy jetzt... Gott sei Dank bin ich heute kein Moderator und muss das nicht entscheiden. Das ist übrigens mein Traum, wenn wir irgendwann wieder Schätzrat machen, dass ich der Moderator bin. Thomas, Handy weg. Nee, ich gucke doch wegen Bugunda. Ach so, Tom und Benjamin übrigens auch. Als ob ich jetzt noch was schreibe, als ob du das nicht mitkriegen würdest. Gut, ich bin... Nee, aber was ich jetzt als erstes googeln würde, ist deutsche Flüsse, damit ich beim nächsten Fluss weiß. Das ist nämlich das Schlechteste. Okay, Farbe ist klar blau. Ich auch. Blau. Sportart? Da habe ich Bogenschießen. Billard. Beachvolleyball. Ist Billard ein Sport? Ja, leider nicht. Ja, ist es nicht. Ich habe Sportler nichts. Boris Becker. Ja, habe ich auch. Oh. Und nein, es sind keine Doppelpunkte, weil du B und D hast. Also, Gott. Politiker? Habe ich nichts? Habe ich. Busch. Okay. Dann kriegst du sogar 20. Wirklich? Ich habe nichts. Ja, du hast auch nichts. Du bist zu dem, der führt. So traurig. Musik, Instrument, eine Bratsche. Ich auch. Ich habe auch eine Bratsche. Wieso haben wir alle... Ich dachte so cool, ich nehme eine Bratsche. Ich habe auch... Weißt du, was ich gedacht habe? Da kommen die Loser nie drauf. Das gibt es doch nicht. Filmtitel habe ich nichts. Bernhard und Bianca. Breyfart. Und Getränk habe ich. Achtung, Olli. Was haben wir wohl? Bier. Brause. Oh, das war richtig schlecht. Also, beim Zusammenzählen darf man nicht schummeln. Okay. 15. Ja, leise. Könnt ihr auch leise zählen. Ich hasse mich, wenn ich das Spiel... Es setzt mich so unter Druck. Ja, mich immer. Immer. Oh, irgendwo gibt es doch doppelte Punkte bei Getränk. Bei Getränk. Wieso? Ach so. Super, dann habe ich... 10 Punkte drauf. Ich habe 105. Das gibt es nicht. 105? Ich habe 85. Ich habe 60. Weil er diese scheiß 20 Punkte beim Politiker hat. Wunder sich überhaupt nicht auf. So, Frage. Wollen wir jetzt in die nächsten Kategorie gehen mit den nächsten Begriffen? Weil wir haben nicht so viel Zeit. Ja, und Schluss lassen wir die mal weg. Lass uns doch alles das machen. Dann machen wir... Nein, wir machen jetzt dann... Wir machen genau. Wir machen von jedem ein Spiel. Okay, dann können wir kurz vorlesen. Stadt, Land, Fluss, Musiker, Liedtitel, Automarke, Trennungsgrund, Fußballspieler, Kleidungsstück, Körperteil, Buchtitel, Gemüse und Vogel. Sehr schön. So, jetzt machst du... Übrigens, die haben hier unten auch so eine Hilfe. Hier kannst du so mit dem Finger drüber gehen. Guck hier. Und dann irgendwann sage ich Stopp. Ach so. Damit keiner bescheißen kann. Ja, genau. Ah, siehst du. Das mache ich jetzt. Das mache ich ja. Aber ihr dürft doch nicht kommen. Ach so, die sind auch gar nicht in der richtigen Reihenfolge. Nee, ist doch cool. Ah, ja, 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 ja. Ja, okay. Stopp. I. Mhm. Sehr gut. Oh, der hat den Teil mal gemacht. Aber ich habe gleich recht Zeit verloren. Äh, okay, Musiker geht auch der Nachname, ne? Wahrscheinlich. Automarke? Ey. Gott. Gott. Ist das schlecht. Bei mir ist das gerade ganz schlecht. Oh Gott, bei mir auch gerade. Fußballspieler auch Nachname? Ja. Ähm. Mh. Eine Minute fünf. Mann, der Musiker fängt mit E an, der Vorname. Ah. Ah. Indie aus. Entschuldigung, dass ich Nachrichten kriege. Ähm. Ich hasse dieses Spiel. Wirklich. Ich habe immer einen leeren Kopf. Ich hoffe, das Essen kommt gleich, dass wir aufhören mit dem Mist hier. Gott, wie peinlich. Das muss ich noch machen. Automarke. Ah, hier. Ich habe eine. Gott, oh Gott. Aber ich habe keinen Fußballspiel. Vorbei. Oh Gott, ist das schlecht. Ist das schlecht? Aber ich sehe gerade, bei euch ist es auch nicht besser. Nee. Eh so ein Scheiß-Ninfo. Gott, oh Gott. Okay, Bermi, du hast angefangen. Du darfst auch jetzt immer, ähm... Stadt, Emstal. Ja, Essen. Erfurt. Emstal? Lass ich gelten, weil ich zu faul bin zum Googlen. Das gibt es nicht. Estland. Habe ich auch. England. Oh, Thomas. So mit dem einfachsten... Ja, das ist witzig. Na, wie ich hier mit Berlin. So, ihr müsst mir jetzt helfen, weil ich nicht weiß, ob es den wirklich gibt. Bermi, fang du erst mal an. Elster. Ich habe Enns. Ems? Enns. Enns, ich habe Ems. E-M-E-S. Alle, alle, die Google. Alle, die Telefon. Die Elster ist ein Vogel übrigens. Ja, ich glaube, es gibt auch... Ich habe keinen Vogel, die Elster. Ich bin so dumm. Elster-Fluss. So, Ems, Fluss in Europa. Okay, du kriegst die. Enns, ja. Aber ich habe ja... Doch, Enns habe ich, ne? Fluss in Baden-Württemberg, der Enns. E-N-Z. Den gibt es? Ja, den gibt es. Fluss in Baden-Württemberg. Baden-Württemberg. Wo fließt die Elster lang? In Saale. So. Ich bin mal gespannt, ob jemand von euch Musiker hat. Eminem. Oh, ich sage es auch noch. Wirklich. Was hast du? Auch, aber ich bin so dumm. Erst wollte ich Ed Sheeran nehmen. Und dann wollte ich Elton John nehmen. Genau, das meint es, die Vornamen. Dann habe ich ganz kurz überlegt, ob Elton, der von Stefan Raab, der mal Musik gemacht hat. So. Liedtitel. Ja. Nee, erst mal Buch, oder? Nee. Jetzt kommt erst mal Liedtitel. Habe ich, es ist da. Okay. Ich habe, einer geht noch. Einer geht noch. So, ich habe Everytime. Okay. Das ist ein Lied von Britney Spears. Ich habe einfach Everytime geschrieben. Jeder. Weil ich wusste, irgendein Typ hat ein Everytime-Lied von Britney Spears. Mhm. So. Automarke, nichts. Auch nichts. Ich habe das. Was? Du hast doch, der hat sich an den Autos gefreut. Was war es? Etzel. Etzel? Etzel. Das kommt mir gerade vor wie bei neuen Live. Aber es muss auch richtig geschrieben sein. Hier, meine Lieben. Ich zeige es euch. Etzel war eine Automobilmarke der Ford Motor Company. Das habe ich sogar schon mal gesehen. Und weißt du wo? Moment mal. Das ist dann aber keine Marke, wenn es ein Modell war. Etzel ist eine Automobilmarke. Die Mutter steht, ist eine Automobilmarke. Da kannst du nicht sagen, es ist keine Marke. Sagen kann ich es trotzdem. Muss aber nicht stimmen. Der kommt bei Herbie vor. Gut. Dann hast du 20 Punkte. Ja. Und das freut mich gerade richtig. Trennungsgrund Ermordung. Würde ich mich dann von jemandem trennen? Das ist jetzt. Wieso? Ich habe die Mutter ermordet. Wenn mein Partner jemand ermordet, dann trenne ich mich von dem. Nee. Gerade denn nicht. Dann hätte ich Angst, dass er mich dann auch ermordet. Ich habe Eiterpickel. Ich wollte Eiter schreiben. Das hätte ja dann auch gegolten. Ja, hätte ich gegolten. Mann. Witzig, da kann man alles gelten lassen. Das Schlimme ist, ich habe kein Fußballspiel. Ich auch nicht. Ich habe kein Kleid. Ich auch nicht. Das ist peinlich. So, lasst mich raten. Körperteil. Wir alle drei im Chor. Ellenbogen. Ich habe die Elle. Die Elle? Ja, das ist der Knochen. Elle und Speiche. Stück Scheiße. Dann bin ich wieder nicht unterwegs. Buchtitel. Elementarteilchen. Oh. Der Film war ja nicht so schön. Also, der war krass. Ich habe, es war einmal in Amerika. Ich gehe einfach mal davon aus, dass es bestimmt ein Buch gibt, oder? Eigentlich müsste der klar. Ist ein Roman wahrscheinlich. Ich habe S. Oh, nicht schlecht. Jetzt wird es peinlich. Mir ist kein Gemüse eingefallen. Mir auch nicht. Ja, Erbse. Ja, es war einmal in Amerika, ist ein Buch. Ja, okay. Erbse, Erbse. Wieder 20. Moment, Moment. Ich habe Erbsen. Ja, und? Ja. Ja, hast du wie so 20 Punkte? Weil keiner was von uns hat? Du kriegst 20. Ich kriege 20 Punkte, weil ich kein Gemüse habe? Ja, weil wir nichts haben. Ist ja lustig. Seid ihr wirklich so? So, doppelte Punkte gibt es für mich bei Körperteil. Ja. Kriege ich auch, also 10. Aber ich habe keinen Vogel. Hat jemand vor euch einen Vogel? Nein. Ja, Elster. Du hast auch keinen Vogel? Dann kriegst du 20. Ja. Oh, jetzt wird es spannend. Mal rechnen. 60. Ich habe mit der Runde mehr Punkte als vorher. Moment. 10, 20, 30, 40, 60, 70, 80, 90, 110. Wie schnell geht das? Aber du hattest, wie warst du von 105? 105, ja. Oh, ich habe 100. Ich habe jetzt 60. Damit müsste Thomas jetzt führen, oder? Nee, ich glaube, es ist sehr ausgeglichen. Also ich habe ins... Okay. Wir schaffen es vielleicht zusammen zu zählen. Wir schaffen es zusammen zu zählen. Also ich habe 185. Ich habe 165. Und ich habe 170. Ja, scheiße. Oh, ich führe. Ja, aber... Wer hätte das gedacht? Ah, ich selber. Sehr gut, Benjamin. Gewehr mir. Es geht los. Wer sagt Stopp, ich? Nee, Olli sagt Stopp. Also, jetzt kommen wieder neue Begriffe. Der Bestellung wird in 90 Minuten geliefert. Oh, dann können wir doch noch eine Runde spielen. Also, wir haben wieder neue Begriffe. Stadtlammfluss, Obst, Klamottenmarke, ein Grund zum Feiern, Schauspieler, TV-Sender, Fisch, Meerestier, berühmter Toter. Das kann sich ja alles mit sein, egal. Gewürz, Hunderasse und ein Insekt. Gut, also ich möchte bitte Dings weglassen. Ein Klamottenmarke möchte ich weglassen. Und, äh... Hier wird nichts weglassen. Nee, du kannst... Ich sag jetzt mal Stopp. Du kannst einfach zu Hause holen gehen. Stopp. Ja, und du sollst dich schummeln. Ja, ich weiß, ich bin genau dazwischen. Also nochmal. Ja. Ist das eine Schummelscheiße, wirklich? Hättest du Bock auf Y gehabt? Ja. Wenn's da steht. Stopp. Q. Viel besser als Y. Warte, warte, Leute. Der Timer schreibt. Ich muss immer den Timer machen. Mein Stift schreibt nicht. Ja. Der Stift schreibt nicht. Ganz toll. Fisch ist aber schon mal leicht, oder? Hm. Ich finde, man sollte auch Vornamen gelten lassen. Nein. Ich bin jetzt auch dafür. Oder? Nein. Grund zu feiern habe ich auch. Klamottenmarke interessiert mich nicht. Schmierst. Das ist ganz schwer, wie cool ist. Das ist ja ganz schwer, ja. Wirklich, da muss ich jetzt lange überlegen. Ah, Gewürz. Alter, ich habe überhaupt keinen Plan. So, die schlechteste Runde aller Zeiten. Oh, wie nennt man dieses Obst? Da gibt's doch eins. Ah. Danke, Thomas. Oh, Thomas ist so nett. Wo ist das denn? Ich habe keinen Tipp gegeben, aber er sagt danke. Obst und es gibt eins. Das muss auch richtig geschrieben sein, Benjamin. Das hat die Regel, dass du vorhin eingeführt. Das gibt, das ist so ein, ja. Das ist diese kleinen, orangenen Dinger. Ich glaube, man kann das schälen. Das ist auch spannend für die Hörer, wie wir das hier machen. Ja, wieder verhandeln. Ähm, hier. Ja. Äh. Oh, mir fällt dieses scheiß Obst nicht ein. Gut, vorbei. Gut. So. Ich fange jetzt an, ne? Also, bei Stadt habe ich Quedlinburg. Ja, wer... Quiebeck, oder wie das heißt. Quiebeck, ja, kenn ich auch. Benjamin kriegt es ihn. Bei Land habe ich Qualle. Quamba. So, Benjamin muss jetzt googeln, ob das Land Quamba ist. Was, warum? Witzig. Das ist das Land. Qualle gibt es da. Glaube ich sofort. 20 Punkte. Ja, aber, aber Quamba. Witzig. Das ist schon witzig. Also, es ist ein Land in Amerika. USA. Quamba. Zeig mal. Aber hast du es auch so geschrieben? Quamba. Na gut, wie man spricht halt, ne? Aber gut, dann lassen wir es gelten. Dann müssen wir es gelten lassen. Und da, Thomas, soll ich nichts haben? Im Fluss habe ich Quark. Da habe ich einfach Quelle geschrieben. In der Hoffnung, es gibt... Oh, es gibt bestimmt Fluss, der Quelle heißt. Im Fluss habe ich Quon. Gucke ich nach, ob es das gibt. Olli, ich glaube, das Arschloch gewinnt die Runde. Quama. Ne, es gibt keinen Fluss, der Quelle heißt. Gut. Quannfluss. Der Quannfluss ist ein großer Fluss in den anderen Provinz China. Quann. Das interessiert mich als nicht. Also, dafür muss ich mich leider ein bisschen feiern. Tut mir leid. So, wie hieß das Obst? Ich habe es nicht. Ich habe einfach Quiche geschrieben, in der Hoffnung, es gibt es. Ich gebe es einfach mal ein. Quiche. Obst Quitte. Quitte, ja. Stimmt. Was hast du geschrieben? Ne, ein Quiche ist ein Kuchen. Scheiße. Oh, da habe ich ja 20 Punkte. Ja, Arschloch. Klamottenmarker, ich nix. Da habe ich Quetsche. Guck, Moment. Olli glaubt alles. Nein, ich halte es für Quatschantworten. Irgendwas. Ich wollte nicht mal googeln. Ja, eben. Dass du auch noch nachdenkst. Ja, wirklich, ey. Quetsche ist Kartoffelpresse. Küschenwerkzeug. Ja, es kommen aber auch in den Mogen. Aber wenn ich jetzt beim Grund zum Feiern keine Punkte habe, kriege, bin ich traurig. Na, Quatsch. Habe ich auch? Nein. Doch, weil es gibt Quatsch. Jeden Quatsch gibt es zum Grund zum Feiern. Okay, dann zählt aber auch Quarkkuchen. Ne. Man hat den ersten Quarkkuchen gebacken. Komm, du hast schon so viele Punkte. Man hat den ersten Quarkkuchen gebacken. Das ist kein Grund zum Feiern. Lass uns doch auch mal. Einen Quarkkuchen gebacken. Ne. Weil meine Tochter jetzt ankommen würde. Guck mal, Papa, ich habe einen Quarkkuchen gebacken. Und der sagt so, Juhu, mein Schatz. Ja, lass uns feiern. Ne. Wirklich. Also lass ich nicht gelten. So Schauspieler. Ja, Quentin Tarantino. Habe ich auch. Auch wenn es keine Punkte dafür gibt. Weil da haben wir beide nämlich gesagt. Einfach aus Prinzip. Einfach aus Prinzip. Mussten wir nehmen. Was hat Benjamin? Nichts. Nichts. Okay, wir haben beide. Alle nichts. QVC. Ja, gut. War auch klar. Den haben wir alle, den TV-Sender. Fisch wäre es hier. Ja, ganz schwierig. Da habe ich eine Qualle. Da habe ich auch eine Qualle. Und der Tod dann nichts. Da habe ich Q von James Bond. Ist der tot? Wenn der tot ist, lass dir das gelten. Nein. Also ich habe da Q war. Ne, natürlich nicht. Ich habe da Q war die. Ich habe einfach irgendwas geschrieben. James Bond Q. Ein Quantum Trost. Der ist tot. Am 19. Dezember 1999 ist der gestorben. Gespielt wurde der von Desmond Wilkinson. Naja gut, aber das haben wir nicht definiert, ob der berühmte Tote eine fiktive Figur ist. Richtig, das haben wir nicht definiert. Q ist berühmt und Q ist tot. Warum nimm deine Scheißpunkte? Mir ist das wirklich sowas von egal. Dann habe ich 20. Ich habe bei Gewürz Quarksalz. Gibt es das? Vergiss es. Natürlich gibt es das nicht. Ich habe bei Hunderasse Quincy, in der Hoffnung, die gibt es. Hunderasse Quincy. Quincy Jones. Also ich habe Hunderasse Quincy eingegeben und zeigt mir Bilder an. Ohne es abzustreiten. Also muss es sich ergeben. Kevin und Twitter. Einen Schritt näher und deine Hand wird meine nächste. Was für eine Hunderasse ist Quincy? Es gibt die Hunderasse. Ein Sennenhund ist es. Gucke ich jetzt nach. Was für eine Hunderasse ist. Quincy. Das glaubt doch keiner. Quincy. Wie hast du denn Quincy geschrieben? Ja, wie, wie. Also Quincy mit Y hinten. Ja, mit Z oder was? Ja, mit Z. Naja, Quincy wird doch mit C geschrieben bestimmt. Quincy wird mit C geschrieben. Weißt du, warte mal, warte mal. Habe ich auch, habe ich auch. Entschuldigung, habe ich auch. Nee, habe ich es wirklich. Kannst du auch. Du nimmst es wirklich sehr an zu spielen. Unsere Hunde. Halbes geht letztendlich. Ich habe hier geschrieben, Hunderasse, das gibt es nicht. Ich habe hier Quentin Terrier bei der Hunderasse. Wenn ich Quentin Terrier bei Google eingebe, kriege ich sehr, sehr viele Einträge. Hier, Quentin Terrier Facebook, Quentin Terrier Instagram. Ja, nulle Punkte hat deinen Mund. Also ich lasse Quentin Terrier. Ich gehe hier nach dem Superquiz. Quentin Terrier nach dem Superquiz. Ich gebe mir da 20 Punkte. Er gibt es nicht einfach 20. Alles egal. Was hast du für den Sohn? Die Kliege. Ich habe die Quaddel. Ich habe nichts. Und Quaddel ist auch kein Insekt. Quaddel ist, was man auf der Haut kriegt. Ja, stimmt. Das ist so ein Eczem. Ja. Ich dachte, ihr wisst es nicht. Okay, dann gib mir null Punkte. Aber hier am Anfang habe ich ganz schön gerockt. 20, 40, 60, 70, 80 Punkte. 40 Punkte habe ich. Ich habe auch noch 40 bekommen mit meinem Quentin Terrier. Tja, müsst ihr einfach mal. Wie, hast du sie gelten lassen? Ich habe jetzt, er hatte nichts gesagt. Er meinte, ja, gebt dir 20 Punkte. Ja, ich habe es auch ein paar Mal hier. Schön für euch, okay. Dann kann ich meinem Quincy auch. So. Obwohl das hier ein Fußballspieler ist, der Quentin Terrier heißt. Wahrscheinlich Quentin und da hat er sich Terrier genannt, weil er so schnell ist. Thomas. Meine Güte. Ist doch scheißegal. Google selber Quentin Terrier. Das gibt es gar nicht. Das mache ich jetzt auch. Es gibt kein Quentin Terrier. Ich bin fast drauf reingemacht. Aber den Quincy als Hund, den hattest du gelten lassen. Nee, den hat er auch nicht gelten lassen. Ich werde fast reingefallen. Okay. Also hat Thomas 20 Punkte. Meinst du, das hast du nicht gelten. So. Gut. Olli ist wieder dran. Du sagst Stopp. Warte mal, ich muss ja meinen Timer wieder vorbereiten. Genau, ich lese es dir mal vor. Jetzt haben wir nochmal ein Tier, Hobby, Schulstudienfach, Männername, Frauenname, Baumpflanze. TV-Serie, Verbrechen, Krankheit, Haushaltsgebiet. Benjamin darf jetzt Start drücken. War auch super, dass wir das Kuh haben. Ja, muss ich ja alles machen, oder was? Witzig. Ich sag Stopp. Ich sag Stopp. Ich darf nie Stopp sagen. Du hast schon Stopp gesagt. Bei wem? Meine Güte, dann sag Stopp. Okay, also nochmal. Hoffentlich kommt nochmal Kuh. Nein, aber Buchstaben, die ich schon dran machen, kommen nicht mehr. Stopp. Y. Gut. Nein. Äh, was war hier Schulstudientfach? Wie ist die Nummer, mit der ich geschlafen hab? Ich hab gar nicht, ich könnte kotzen. Er sagt eh wieder bei ganz viel, das stimmt nicht. Toll, jetzt hätte ich einen Hund. Ich wär aber nicht gefragt. Aber so ein Tier. Ein Tier gibt's doch. Was ist denn hier ein Tier? Na hier, das fehlt doch gleich. Achso, stimmt. Kann das jetzt mal vorbei sein? Ach, noch 17 Sekunden. Gott. Ach, wie ich diese vermisst habe, diese Adventsgeländer-Scheiße. Ach, ich hasse es. 300 Leute. So. Vorbei. Gut. Also, Stadt. Was ist denn das? Okay, Stadt. Hab ich York. Gibt's das als Stadt? Ja, gibt's. York ist in England. Ich hab Jemen. Ich weiß nicht, ob es ein Stadt oder Land ist. In Jemen wird mit J geschrieben. Ja, aber vielleicht nicht in Jemen. Ich hab nix. Gewartet. Ich schreib mir schon mal eine 20 auf. Jemen. Stadt. Ich sage, es gibt die Stadt Jemen. Was ist nochmal Jakarta? Das ist ein Land oder eine Stadt? Sagt mir gar nix. Jetzt wird der schon wieder angerufen. Jemen wird mit J geschrieben. Gut. Dann kriegt Olli 20 Punkte. So. Jemen wird aber in Asien mit Y geschrieben. Ja, wenn es da eine Stadt ist, dann zählt es natürlich. Ist es eine Stadt in Asien? Nur weil es in der Landessprache woanders geschrieben wird? Scheint. Es ist aber ein Land. Keine Stadt. Da bist du auch bei Land. Was ist bei Land? Wirklich? Achso, das ist auch bei Land. Ja. Okay, dann sicher ist sicher. Gut, als Land würde ich es gelten lassen, wie ich es gerade gelesen habe. Aber ich weiß nicht. Ich müsste vielleicht ins Mikrofon reden. Ja, wäre so reizend, wirklich. Ja, okay. Land hatten wir schon. Nein, ich gehe aber von aus, in Deutschland wird es... Komm, du hast schon genug Punkte. Also Stadt zählt nicht. Ja, Land zählt auch nicht. Ich habe es weggemacht. Und Fluss, Jemen. Gibt es den Fluss Jinn? Ja, bestimmt. Ja, bestimmt. Danke, Thomas. Dann gebe ich mir einfach die Punkte. Mir ist es so scheißegal, wirklich. Danke, Nadine. Ich glaube, jetzt ist die Deputat keine höhere mehr. Es gibt den Yin-Yang-Fluss. Tja, dann geht es wohl nicht. Nee, den gibt es wohl nicht. Ah, du hast bestimmt den Yorkshire Terrier, ne? Natürlich habe ich den Yorkshire Terrier. Oh, scheiße. So, Fluss Jinn gibt es nicht. Den Yorkshire Terrier, was habt ihr jetzt hier? Nichts. Ich habe einen Jack mit Y. Mal gucken, ob es das ist. Ja, Jack, 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 Jack schreibt man mit Y. Fuck, Alter. Aber hast du es mit C, K oder mit K geschrieben? G. Nee, dann geht es nicht. G ist, glaube ich, ganz falsch. Jack schreibt man Y, A, K. Ich gucke. Hättest du My Little Pony gesehen, wüsstest du das. Also. Y, A, K, aber man kann ja mal eine Ausnahme machen. Nein, nein. Weil man eine Sache hat. Ich will das Olli gewinnen. Ich will gucken, wie Olli Yorkshire Terrier geschrieben hat. Das will ich sehen. Also. Zeig, zeig, zeig. Zeig, zeig. Ich will das O, R, K. Und dann S, H, Schiere. York, Schiere. York, Schiere. Soll das heißen. Du weißt, dass man nicht... York, Schiere. York, Schiere, Terrier. Terrier. S, H, I, R, E hat er geschrieben. Der Terrier geschrieben. Ohne zu gucken. Der Terrier. T, E, R, R, I, E, R. Oh, Baby. Das ist aber echt ein paar Arme. Das ist so wichtig. Nur, weil ich hier noch Sachen habe, wo gleich diskutiert wird. Ich weiß es schon. Wenn du Jack mit G schreibst, ist es falsch. 20? Ja. So Hobby habe ich nichts. Ja. Und da fängt es jetzt an. Nämlich. Thomas, dein zählt, wenn mein zählt. Ich habe nämlich den Jadesteinsammler. Okay. Das lasse ich gähnen, wenn du gähnen lässt. Was ist Jadestein? Jadestein mit Y. Ganz kurz, ganz kurz. Ja, das schreibt man mit J, aber egal. Aber egal. Ja, aber egal. Aber egal. Nee, pass auf. Ich habe Yacht fahren. Das lasse ich gähnen. Das würde ich gähnen. Danke, da habe ich 20. Weil Yacht kann Hobby sein. Danke, da habe ich 20 Punkte. Schulfahr habe ich auch nichts. Da habe ich Yacht fahren. Okay, das ist witzig. Eigentlich, die müsste es 5 Witzpunkte geben. Hobby, Yacht fahren. Schulfahr? Ja, Yacht fahren. Das haben wir in der dritten Stunde in der Yacht fahren. Das ist ja nicht schlecht. Wie darfst du mir dafür Punkte geben? Ich würde dir dafür 5 Witzpunkte geben. Okay, 5 Punkte ist gut. Ach, jetzt gibt es noch Witzpunkte. Und Jadestein mit Y. Nee, das ist dumm. Das ist überhaupt nicht witzig. Männenname habe ich Jon mit Y. Ich habe Joachim. Joachim mit Y. Also jetzt ist es aber. Warte, ich gucke nach. Vielleicht gibt es einen Joachim mit Y. Kann sogar sein, aber ich gebe erstmal meinen Yon ein. Der junge Name Yon hat die Bedeutung. Also meins ist schon mal richtig. Ja, ich glaube dir das. Olli, heute glaube ich dir alles. Danke. Hier, Joachim. EHC. EHC? Da kommt kein Y vor. Hier, Joachim bei Apple Music mit Y. Okay. Ich gucke jetzt Joachim-Name mit Y. Hier, listen to Joachim und Spotify. Nee, 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 kein hier. Ich habe alle Joachim-Namen. Da gibt es keinen mit Y. Ich sehe Joachim-Videos. Aber Thomas, Benjamin hat doch alle Joachim-Namen. Hast du nicht zugehört oder was? Er hat alle Joachim-Namen. Zeig mir einen, wo es hier wird. Zeig mir einen bei Namens. Ich gucke mal bei News. Warte, News. Joachim mit Y. Sehr begehrt. Ja, mein Gott. Also 20 Punkte für mich? Nee, ich habe Jan. Jan mit Y. Ja, gibt das Ganze. Ja, lass mich raten. Du hast bestimmt, bei Frauennamen hast du bestimmt Yvonne. Natürlich. Ich habe Yennefer. Ich habe Jan. Ja, wenigstens jeder 10 Punkte. Jan gibt es das? Ja. Als Frauenname? Ja, habe ich, was habe ich vorhin gesagt? Wie hieß die, mit der ich? Das gibt's doch nicht. Ich auch nicht. Gut. Hast du doch noch nie mit einer Frau geschlafen? Zur Baumpflanze habe ich nichts. Da habe ich einfach mal Jika geschrieben. Mal gucken, ob die gibt's. Da habe ich Jachtbaum. Okay. Eigentlich wieder 5 Punkte. Oder? Yika, Sushi & Moor. Ich gebe dir die auch einfach. Ich weiß nicht, was Yika ist, aber schließt um 22 Uhr. Kann man Geld lassen. Oder es gibt's doch. Kann man Geld. Es gibt's doch auf jeden Fall. Okay, gut. Yika ist keine Frage. Dann hast du denn mal TV-Serie. Jakari. Oh, sehr gut. Ich habe da Ju. Ich habe da Jachthafen. Nee, nee, nee. Ich finde, Thomas hat schon gewonnen. Okay. Jetzt bin ich mal fair. Da gebe ich mir keine Punkte. Okay. Oh, ich kriege doppelt dir. Du auch, Olli. Aber Verbrechen, mein Lieber. Wenn das nicht gilt, dann stehe ich sofort auf und gehe. Obwohl es meine Wohnung ist. Okay, Verbrechen. Jachtdiebstahl. Ja, ich habe Y-Diebstahl, wenn man den Buchstaben stiehlt. Ist das nicht auch? Also, Olli, dir gebe ich die Punkte. Dir gebe ich die Punkte, weil Jachtdiebstahl finde ich gut. Ist ein Verbrechen. Und Y-Diebstahl? Also, wenn du jetzt ein Y-Diebstahl hast. Nein. Wieso? In der Sesamstraße wurde auch Buchstaben geklaut. Ja. Doch, finde ich sogar besser. Entteilt ihr die Punkte? Finde ich gut. Naja, er kriegt jetzt auch 10. Ja. Dazu hättest du 20. Ach so. Nee, Olli. Ach so. Das ist ja witzig, Thomas. Ey, was war denn mit der Sesamstraße? Da kann man doch Buchstaben klauen. Gut, ist mir so egal. Ich habe jeden Fall nur. Also 10. Hast du was bei Krankheit? Nein. Da habe ich Jacht. Nein. Jetzt gibt es aber auch keine Witzpunkte mehr, Thomas, es ist jetzt vorbei. Und das ist bestimmt bei Haushaltsgeräten eine Jacht. Das würde aber wieder 5 Punkte geben. Guter Punkt habe ich vergessen. Schade. Wow, ganze 40 Punkte habe ich gemacht. So, Haushaltsgerät habe ich ein Jokel geschrieben. Ich gucke gerade, ob es das gibt. Wir haben noch 50 Punkte, bekommen wir die Scheiße hier. Jokel ist Survival der Rain of Terms. Riffing is a Stereotyp of Country People. Nee, also das gibt es nicht. Ein Haushaltsgerät hat also keiner was. Ja, aber eine Jacht ist doch ein Haushaltsgerät, ne? Ja, wir waren nicht. Für Stinkreiche schon. So. Wollen wir mal eine Zwischenzusammenzählung machen? Das ist mir warm. Ich habe 205. Ich habe 90 jetzt. Du hast 90 Punkte gerade gewonnen. Ja. Wie geht denn das? 70, 108. Warte mal, ich kann ja vergleichen. 20 für York. Nee, ich glaube dir das. Nee, warte mal. York, du hast doch auch eine Stadt. Nee, du hast keine Stadt gehabt. 20 für York. Ich habe 240. So, ich habe 105 und 205. Also insgesamt, nicht in dieser Runde. Wie habe ich denn? 220, 305. Ich habe 295. Ja. Krasse Sache. Habe ich gewonnen? Nee, ich habe 305. Nee, trotzdem habe ich gewonnen. Nee. Scheiße, 10 Punkte Unterschied. Warte, will ich dir meine Punkte schenken? Dann können wir mal gewonnen. Mensch, bin ich ja gar nicht reichen. Ich würde es jetzt beenden. Ich auch. Reicht für das erste Türchen? Reicht völlig. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Super Spaß. Wenn euch das gefallen hat, machen wir das, wenn wir uns in der Mitte treffen nochmal. Und wenn wir uns am 24. nieder, machen wir ja Bescherung. Also wie viel müssen denn, das ist immer so, wenn man sagt, wenn euch das gefallen hat und einer schreibt es. Also wie viel müssen schreiben? Wir müssen mindestens 5. Nee, ich wollte gerade sagen, wir müssen mal unsere Ansprüche steigern. Wenn wir uns sagen, wenn es nur einem gefällt, dann machen wir das. Jetzt sind wir ja schon bei 5. Nee, ich würde sagen 50. Ja. So viel hören nicht mehr. 50. So viel hören nicht mehr. Also. Deswegen. Also, hat Spaß gemacht. Viel Spaß. Ja. Schönen Dezember wünschen wir euch. Und wir hören uns dann. Ach, das ist jetzt hier. Jetzt kann man ja hier Feiergründe. Ich habe gewonnen. Tschüss. 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 Eine Rotz- und Wasserproduktion. Tschüss. 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 Schönen Dezember. Tschüss. Vielen Dank.